Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja, achten, ne, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, scheiße. Hi, Animal Crossing Fans, es geht mal wieder weiter mit Animal Crossing White World und ich hab wirklich keine Ahnung, was ich machen soll, mir ging echt die Idee nach Hause. Ja, ihr habt mir wirklich echt auch viel vorgeschlagen und Tipps gegeben und Tipps gegeben und Tipps gegeben und Tipps gegeben, die ich schon mal gehört hab, ungefähr fünfmal und ja, äh, ich hab euch ja im letzten Part versteckt, gesprochen, dass wir mal, jetzt fällt mir wieder ein, dass wir mal kleine T-Shirts machen mit, ähm, mit, ja, mit Mario drauf oder mit irgendwas. Ihr solltet mir das eigentlich schreiben, aber das hat niemand gemacht und dann bin ich ganz traurig. Ja, wir haben das schon ein bisschen später und, ja, es fällt echt nichts mehr ein, ich sollte vielleicht noch mal ein paar Steine untersuchen. Bewohner einsperren? Warum soll ich Bewohner einsperren? Das musst du mir nochmal erklären, warum ich Bewohner einsperren soll. Ähm, ja, ja, das ist nur noch hier so, komm, egal, scheiße, mal auf Post, da ist kein Geschenk dabei, also nehme ich es immer nicht an. Ja, äh, äh, wie macht man das mit dem Stein nochmal? Ich glaub, das war doch, man buddelt um den Stein Löcher, damit der nicht wegrutscht und dann boxt man gegen oder so. Irgendwie so war das. Oh, Glühwärmchen! Glühwärmer, Glühwärmer! Glühwärmer! Oh, Leute, ich will ein Glühwärmchen haben! Ich will eins haben! Gib mir ein Glühwärmchen! Und ein Fisch hier auch noch! Oh! Ein Fisch, aber das ist mir viel zu klein. Komm, Glühwärmchen, komm! Komm zu Papi! Lass uns eine Glühwärmchen-Familie machen. Oh, Mann, wie soll ich denn da, ich kann doch nicht schwimmen! Komm, komm, komm! Ja, nein! Ja! Nein! Ja, komm! Oh, Mann! Ja, rrrrrr! Ich kann... Alter, bleib doch mal stehen! Leute! Das Glühwärmchen soll stehen bleiben. Ich krieg dich schon, keine Angst! Oh, da hat der Tapeten-Fuzzi war da... Ah, komm mal, ja, genau, gut. Hey! 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 I caught a firefly! The gentle light, it's relaxed me. Oh, ich hab ein Glühwärmchen gefangen. Cool, oder? Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt hat sich wieder so viel Unkraut angesammelt. Das macht mich schon wieder richtig traurig und seelisch kaputt. Du brauchst mir nicht hinterher zu rennen. Du machst mir Angst. Ja, wie viel Geld haben wir eigentlich? Ihr habt mir gesagt, dass es relativ viel Geld gibt, wenn man... Ähm... Ja, den machen wir jetzt nicht. Ich glaub, den haben wir schon mal gemacht. Mein Gott, da geht nur wieder Zeit drauf. Und ich wollte euch... Ja, wir wollten ein bisschen T-Shirts designen. Und damit... Ja, ne... Ne, äh... Das Frag frisst wieder nur Zeit und man kriegt eine hässliche Tapete. Nö, keine Lust. Heute mal nicht. Ah, hier ist wieder so ein... Okay, das können wir auch mal wieder ausgraben. Würde ich sagen, wir gehen gleich mit die Schneiderei. Jetzt musste ich gerade aufhixen. Wir können ja mal gleich mal ganz kurz ein paar Steine suchen. Vielleicht finden wir ja welche und haben Glück. Da haben wir auf jeden Fall wieder ein Fossil gefunden. Und ich suche jetzt Steine. Steine, wo seid ihr? Ich will ein paar Steine. Ein bisschen Geld. Ich verstecke natürlich auch immer unter und in Steinen Geld. Weil das ist bei mir immer so. Ah, hier ist einer. Das war mit den Steinen, wusste ich. Aber... Hupsala. Auch noch nicht so. Hups. Wie macht man das am besten? Ey, ihr habt mir das tausendmal erklärt und ich krieg's nicht gerafft. Da, was meinst du da? Nein. Hm, das scheint nicht zu sein. Schade. Naja, das sind nur mal ein paar... mehrere Steine ab. Vielleicht finden wir ja... Au, 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 au. Ein Insekt. Ah, ich schaue eigentlich Insekten, weil... Maja weiß Bescheid. Komm, bitte. Was auch mal du bist! Cock. Roach. Na, was ist denn... Was liegt da durch die Gegend? Was bist du? Was bist du? Du, Ungeziefer! Ja! Moskito! Die stechen doch ein, oder? Waren das Moskito, die einen stechen? Ja, ne? Der wollte mich stechen. Der wollte mich ernsthaft stechen. Da war ein zweiter Stein. Ne, war nicht. Ja, und ich weiß, wie wird man Ananas... Ich hab die falsch gepflanzt und sie ist eingelaufen. Ich hab sie zu... zu falsch positioniert. Und das tut mir auch wirklich sehr leid. Und jetzt hätten wir hier so einen schönen Ananasbaum... Äh, Kokosnuss. Ja, ähm... Sind hier vielleicht noch irgendwo Steine? Hallo? Ah, hier ist ein Stein! Sind die Steine eigentlich immer woanders, oder sind die eigentlich immer auf derselben Stelle? Das weiß ich gar nicht. Ich will den Stein jetzt auf jeden Fall plündern. Komm, was ist da denn drin? Komm! Hallo! Böser Stein! Mach die Tür auf, ich will nur rein! Lass uns doch Freunde sein! Das hat sich gereimt! Au ja, jetzt bin ich ein Schwein! Und fein! Pff! Hä! 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 Das ist noch eins! Oh, wieder ein Glühwürmchen! Komm! Ich will Geld haben! Ich glaub's nochmal später auch, wenn ich ein Penner bin auf der Straße, bin ich... Ich schlag ihm in einer Schaufel Steine, damit ich Geld bekomme! Mann! Komm! Doch bitte! Ich fang mir... Wisst ihr was? Ich bin jetzt so sauer, dass ich mir jetzt noch so ne... Äh... So ne Glühwürmchen fange! Ne! Ne! Ja! Oh Gott, äh... Firefly! Dö, 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 dö! So. Okay. Dann würde ich sagen... Wir verlieren einfach keine weitere Zeit mehr und wir designen jetzt unser erstes... Oh! Ein Glühwürmchen! Ein Glühwürmchen! Oh, komm her! Oh, bist du putzig! Oh, geil! Komm, nimm mich! Nein, das ist mein Glühwürmchen! Passt das Glühwürmchen nicht an, das ist mein Glühwürmchen! Meins! Oh, ein Schmetterling! Was sind so viele Insekten? Ja! Yeah, wir haben ein Glühwürmchen, Leute! Wieder! Wieder! Ich fähre wieder eine Moskito! Du stichst mich nicht! So, wo ist das jetzt Tom-Lock nochmal gewesen? Ähm, ich wollte nämlich jetzt gerne, äh, mit ein T-Shirt-Design! Ja! Ich hoffe, wir schaffen es in 10 Minuten. Nein! Glühwürmchen! Glühwürmchen! Oh, cool! Oh! Oh, ein Glühwürmchen! Ich will auch mal ein Glühwürmchen sehen in echt. Das habe ich noch nie, glaube ich. Habt ihr... Habt ihr... Das wird mich mal interessieren. Habt ihr schon mal Glühwürmchen gesehen? So in echt und so? Ich noch nie. Ich bin aber auch nie draußen. Hm. Hm. Ja. Ja. So, ich will ein eigenes T-Shirt-Design. Wir müssen gleich mal auf die Seite gucken. Ich mach das einfach mal nebenbei. Google Bilder, oder? Ja. Warum nicht schon? Dann suchen wir uns was Schickes raus. Äh. I want to design. Nein. You want to create your own design? Okay. Das kostet 350 Spelts von Materialen. Ähm. Ja, du kannst es speichern und dann immer wieder benutzen. Und, äh. Ja, ne? Äh. Willst du das designen? Ist das okay? Ja. Dankeschön. Das passt so. Gib her. Los. Ich will die sein. Oh ja. Ne, ne. Das ist mit den LP und mit dem Herz. Das ist hässlich. Okay. Dann. Moment. So, mal ganz kurz so, Leute. Das möchte ich gerne mal machen. Diesen K.K. Äh. Ihr könnt ihn ja jetzt gerade hier sehen. Und ich würd sagen, ich setz mich mal dran. So, ich hab ihn jetzt neben mir. Und ich würd sagen, wir können eigentlich anfangen. Wo's die Frage ist. Wie? Oh, ne. Ich bin so schlecht. Einfach da drin. So. Oh, Gott. Oh, Gott. Wie macht man das in verschiedenen Farbtonen? Boah. Oh, das sieht alles nämlich gleich aus. Oh. Nee. Oh. Oh, Gott. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Bei 18. Ja. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Scheiße. Ich hab vergessen, den Stift zu ändern. Nochmal. Ein Fail. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Mal doch. Male. Ich hab schwarz ausge... Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah. Das wird mir alles viel zu behindert. Ich mach das alles in einer Farbe. Oh, Gott. Kacke. Okay. Hier keins. Boah. Kacke. Wie, wie, wie tief muss ich das machen? Ähm. Wart mal. Ähm. Boah. Von den Zweiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, vierzehn, siebzehn, siebzehn, erst mal siebzehn nach unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Ich versuch's irgendwie so anzusehen. Das sieht so scheiße aus. Ich kann's einfach nicht. Ich kann es nicht. Fuck off. Das andere muss ich, äh. Das andere muss ich einfach einen tiefer machen. ich kann doch so machen okay ich komme voll durcheinander wie soll ich das wie soll ich sucht mir mal ein einfaches bild das ist mir voll anstrengend ich komme da voll durcheinander ich die seien mir jetzt das eigenes ich gibt es auf das wird mir viel zu schwer vielleicht macht es einfach frei nach schnauze nicht nur irgendeine kicken und smiley das sieht jetzt so scheiße aus das sieht so kacke aus nie boah simon ey du bist so schlecht was war sie ähm nein ich will weiß aus vom dritten aus dahin dann vom dritten nach da dann vom dritten nach da dann vom dritten nach da ob es war zu weit dann vom dritten nach da ja mein gott das sieht so das wollte ich in gelb machen oh nee oh das sieht so scheiße aus oh gott nee kacke boah das sieht so scheiße aus und das ist so unsymmetrisch das glaubst du gar nicht oh was was mach ich da eigentlich das sieht doch so schäbig aus das sieht doch so schäbig aus oh nein das kannst du so doch nicht lassen mensch ey das sieht so dermaßen von scheiße aus nächste seite ja obwohl 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 na hör mal das das sieht doch ganz geil aus oder nicht findet er ja das finde ich auch also nee das hat style also 100 pro wenn man schön um umrandung damit das ganze noch viel mehr veredelt wird und stil hat nur das kann man ja ok das sieht kacke aus so ja ja mein gott für den ersten versuch oder gut für den zweiten versuch kann man da nicht so meckern oder also mhm also das sieht eigentlich so gut aus wir meinen in der nächsten folge noch was aber das wird dann vielleicht viel cooler also das sieht so scheiße aus das ist das ist echt du hast da was vorgelegt aber das ist so das braucht doch so lange das ist richtig schwer ja das ist angeklickt wie nennen wir es bin ich ein fachart wie soll ich das nennen was auch okay da kann ich's löschen ahhhhhhh smiley of doom Smiley Off Ja, das können wir jetzt auch gleich mal ausprobieren, würde ich sagen Wo ist das? Achso Ähm Äh Hier Nein Wo ist meine Kleidung? Da, ne? Nein, da war nicht meine Kleidung Hier Ja Ach, das sieht so Ah, das sieht so kacke aus Oh nein Ey Ey, was willst du denn? Wir können zurückdesignen Ist wohl Pocket Up wohl Achso Oh, oh Oh Da müssen wir wohl was verkaufen, ne? Oh, das sieht so scheiße aus Ihr könnt mir ja vorschlagen, was ich als nächstes designen soll Aber, ähm Ja, ihr müsst damit rechnen, dass es scheiße aussieht Es zählt ja der Gedanke Und ich finde, der ist Guck mal, wir können uns das nochmal angucken, Leute Hm Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus Ja, okay, sieht kacke aus Aber ich finde, das zählt der Gedanke Und ich hab mir Mühe gegeben Und das zieht gleich mal an Hallo Tom Nock Ich möchte ein paar Sachen verkaufen Und ich muss sagen Mir macht das Spiel eigentlich immer noch Fun Weil Die 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 Zuschaueranzahl eigentlich Sich immer Immer größer wird Und Wirklich extrem viele Leute gerne gucken Vor allen Dingen Vor allen Dingen viele Mädchen Was mich überrascht Aber danke dafür So, ich verkaufe jetzt Drei Glühbirnen Äh, Glüh 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 Käfer Ich hab jetzt den Namen vergessen Scheiße Oh nein Okay Ja Dann verkauf mal, ne? Wie viel kriegen wir dafür? 2600 Das ist eigentlich gar nichts Aber was? Was gibt's eigentlich, was ich noch zu kaufen? Hab' ich noch gar nicht geguckt Na, was hast du denn schönes heute? Minium So ne Uhr So ne Dings So ne Dings So ne Dings Ah, die Uhr sieht ganz schick aus Die nehme ich mir mit Äh Klassik Clock Ja, kaufen wir mal, ne? Wir ziehen uns unser Unser neues T-Shirt an Und Dann würd ich einfach mal sagen Können wir noch Die Uhr aufstellen, ja? Hör mal Ne? Und Dann sind wir alle da auch schon bei 20 Minuten angekommen Das heißt Kinder Ihr wisst, was da passiert Wenn wir 20 Minuten angekommen sind Da ist leider Finito Ja Und Äh Ja Und so sieht so kacke aus Da 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 Hier stelle ich mein Ecklock hin Ah ne Klassiklock Kein Platz Du dickes Kind Aber Das soll doch Platz sein Hau ab du dickes Kind Such dir Freunde Da ist immer noch kein Platz Aber Aber Da war ich meine Uhr hinstellen Wo soll ich die sonst hinstellen? Ich hab nur ein Haus Das hier habt ihr alles zugemüllt Ich glaub ich stelle das Straßenschild weg So Ja Dreh Du dickes Kind Das ist immer noch kein Es ist wohl Platz im Haus Zwar nicht so viel Aber nenn mich nicht die ganze Dickes Kind Dickes Kind Dickes Kind Dickes Kind Hör auf damit Ich bin nicht dick Nur kräftig gebaut Ich heul gleich Nein So ok Hier müsste aber Platz sein Ich kann es mir nicht erzählen Dass hier nirgendwo Platz ist Das nur gesoffen Du Spiel Deine Mutter hat keinen Platz Das ist Äh Dann 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 was weiß ich Dann Dann ziehe ich halt Das ist mein Supernova Kostüm an Smiley of Doom Use on clothes Das sieht so scheiße aus Oh nein Leute Ey Oh So scheiße Geh mit wenigstens was hinstellen Hör mal Ach Nichts ist mit nichts hinstellen Gut Ich verabschiede mich hier Das Spiel will mich verarschen Wir sehen uns im nächsten Tag wieder Macht's gut Ich hoffe es hat euch den Halbweg so gefallen Und Vorschläge in den Kommentaren Blau Ihr wisst Bescheid Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein Bye bye